Packt den Bullen an die Hörner, falls ihr die Gelegenheit habt, meine lieben Leute. Das heißt, immer die nächste Chance gleich am Schopf packen und zu sich reißen, denn oft kommen sie nur ein einziges Mal und so ist es ja doch hier in der nächsten Folge von Denn wir haben die Gelegenheit, ein ganz, ganz fieses Monster zu besiegen. Ein Monster, das die schöne, kleine, beschauliche Stadt Pucharao in seine Gewalt gebracht hat, verflucht hat mit einem Tanzfluch. Und dieser Fluch bringt jeden in einem gewissen Alter, ungefähr von 15 bis 35, dazu, endlos zu tanzen. Und das ist ganz schrecklich, denn die Leute können nicht mehr. Die können nicht mehr, die sind am Ende und sind kurz davor, sich tot zu tanzen. Das wollen wir verhindern und deshalb reißen wir jetzt hier die Treppe hinauf. Aber das geht leider nicht auf einem reitbaren Tier, das tut mir leid. Das ist aber jetzt eine Enttäuschung am Anfang gleich. So, und jetzt aber nach oben. Ich habe auf Screen gespeichert und mich regeneriert, sodass wir... Nein. Jetzt diese Bestie, dieses furchtbare Wesen, diesen Ausgeburt der Hölle, dieses Hässlichste, aller Hässlichsten konfrontieren können. Hohoho, sehr gut, sehr gut, oh ja. Ihr Jüngling, ihr tanzt aber wundervoll, hohoho. Dieser frische Tanz, oh, da würde ich ja am liebsten auch gleich mal mit hasseln. Mit meinem ganzen Körperleib, oh ja. Hoi, 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 hoi. Tanzt mehr, tanzt mehr. Ja, ich, ich kann nicht mehr, ich bin an meiner Grenze. Bitte, irgendwer, haltet ihn auf. Ja, nein, 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 nein. Werd jetzt nicht schlapp, nicht schlapp machen, ja? Das ist ein wichtiger Tanz, den mir den Zerstörer-Gott darbringt. Hohohoho, also tanzt, also tanzt. Ohoho, du tanzt ja noch gar nicht. Was bist du denn, bist du verstimmt, hast du schlechte Laune oder was? Das kann ich aber nicht zulassen. Hey, hey, komm, 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 ich bringe dich auch dazu zu tanzen. Ach du Scheiße, oh Gott, nee, das ist das widerlichste Kackviewe, was es gibt. Der Hassel-Opa, und zwar in ganz starker Form. Ein, eine Missgeburt, wirklich, das muss getötet werden, sofort, komm. Stirb. Bah, nee, eklig, Drecksviecht. Ach, also dann. Halt immer, fort. Den mache ich sowas von platt. Komm, kritischer Treffer. Nein, ging daneben. Durch sein Schlafrock durchgehämmert. Ähm, ich gucke mal ganz kurz. Kann ich ihm irgendwie was antun oder uns was verbessern? Ich mache Kodan nochmal schneller. Pjoda. Oh ja. Buggy Cross. Und er ruft einen Kollegen. Und nicht nur einen, sondern mehrere. Und auch die wollen wir verfluchen. Denn ich habe die Befürchtung, dass da vielleicht ein Highlight drunter sein kann. Renke. Storm Slash. Ich glaube, das bringt mir jetzt nicht so viel wie, einem einen Gigabreak zu entfesseln. So, und den haben wir auch gleich erledigt. Oder sowas. Ich versuche es nochmal. Und diesmal war es ein Treffer. Und warum nicht mehrfach treffen? Schade. Die Lanzen-Ladies sind aber gut dabei. Oh oh, er hustelt. Und heilt sich. Die Drecksau. Medagaya, beschwört er. Einen lodernden Flammenball. Ein Inferno, das Kodan nun ziemlich zusetzt. Jawohl. Sehr gut. Opa, wir haben noch nicht zu Ende gekämpft. Und sie kann mal schön heilen. Jawohl. Und wieder Medagaya. Aber das kann er gut machen. Das ist kein Problem. Solange er sich nicht heilt. Aber er ruft eher Kollegen dazu. Und macht einen Hustledance, um sich zu heilen und die anderen in den Sohnzustand zu verfrachten. Ganz und gar nicht gut. Verdammter Mist. Gearbreak. Und der heilt, der heilt den auch noch. Und jetzt die Scham-Offensive dieses Ungeheuers. Und da ist jetzt unsere Heilerin verfallen. Das ist nicht gut. Wagi Cross. Ich muss Kodan noch heilen. Unbedingt. Er ruft weitere Kollegen. Boah, das ist ja eine richtige... Das gibt's doch gar nicht. Der hört ja gar nicht mal auf. Und jetzt tanzt jeder. Scheiße. Ähm. Muss ich mal ganz kurz gucken. Äh. Hab ich denn noch was? 30 heilen ist nicht wirklich gut. Aber besser als gar nichts. Kodan noch. Hör auf zu tanzen. Das ist ja... Ist ja ein Albtraum. Vor allem, wenn unser Held Kodan noch tanzt. Hätte nicht gedacht, dass... Die einem so zusetzen können. Wenn sie einem den Status komplett ver... Hauen. Kodan ist tot. Jetzt muss Xenia schnell wieder erwachen. Und er ruft noch mehr Kameraden. Aber es kommt niemand mehr. Gott sei Dank. Jetzt hör doch mal auf. Der hustelt sich da einen weg. Und die kommen alle in Stimmung. Der Opa muss schwinden. So, jetzt kann sie wieder. Gott sei Dank. Kann sie nicht, äh... Moment. Devil Mode, ja. Wäre eine Option. Ähm. Aber ich würde gern... Die gute Xenia heilen. Aber... Ich habe nichts. Devil Mode. Das ist schwerer, als ich erwartet habe. Aber wir geben nicht auf. Sie muss aufhören. Sie muss aus diesem Zustand raus. Und zwar so schnell es geht. So schnell es geht. Und er versucht immer weiter Leute zu rufen. Dieser Opa, ich wusste, dass er eine fiese Sau ist. Oh Gott. Okay, bitte, 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 bitte. Hör auf zu tanzen. Warum tanzen? Ey, was ist denn los? Die hören gar nicht mehr auf. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja furchtbar. Das dürfte jetzt auch gewesen sein. Auch nur kritische Zauber. Jetzt hoffe ich auf... Die nächste Gruppe. Und da weiß ich auch direkt... Loszuschlagen. Ionazel! Der olle Greis muss sterben. Gucke gerade. Hassel Dance ist, glaube ich, nicht so gut jetzt. Rosentaiphoon. In der Hoffnung, dass vielleicht einer von denen mir verfällt. Oder zumindest stirbt. Dornomoa. Jawohl. Wir müssen auf jeden Fall ihn so schnell es geht erledigen. Das heißt, ihn primär anvisieren. Denn er ruft immer weiter Kollegen. Die mitmischen. Und dann sein... Angriff, der gleich auch Roh mit... Einbindet. Und auf Veronika. Der weiß auch genau, wen er anzugreifen hat. Damit die schnell sterben. Der Drecksack. Dieser olle Mistkreis. Hassel Dance. Ich kann das auch. Es wäre so gut, wenn... Die nicht einfach alle wieder in Schockstarre geraten oder gar nichts mehr machen. Verdammter Mist, ey. In der Hoffnung, ihn gleich getötet zu haben. Er versucht wieder Kameraden zu rufen. Und es kommt auch jemand. Und jetzt tanzt auch noch Greg. Ich glaub es nicht. Die müssen doch so ein wenig... Zumindest ein bisschen... Resistent gegen diese... Verkackte Tanzfähigkeit sein oder nicht? Hassel Dance bringt mir nix. Bagima. Ich überlege gerade. Komm. Versuch's einfach so. Vielleicht kriegst du ein bisschen Schaden auf alle. Aber Roh müsste jetzt eigentlich auch aus dem Tanz... Rauskommen. Ja. Also los. Hol Veronika zurück. Bitte. Und er verliebt sich in diesen dicken Sack. Was ist mit Rolos? Und er tanzt wieder da hinten. Der Drecksack. Mit der Geier. Ja. Er geht gezielt auf die, die schwach sind. Das ist in der Hinsicht ein ziemlich harter Kampf, muss man sagen. Den man nur mit einem Hustle Dance kontern kann. Und jetzt bitte. Veronika. Einmal rankommen. Das wär wirklich... Fantastisch wär das. Wenn du es einfach mal... Ich komm ja nicht mal mehr zum Zuge. Die haben auch mehrere Angriffsrunden, ne? Viel zu viele Züge, die Gegner. Ionason. In der Hoffnung, dass ich da mal einen erledige. Und er hat's geschafft, ja? Komm. Bitte. Erledige diesen alten Kreis. Jawohl. Er ist tot. Gut. Puh. Meine Fresse. Das ist ein harter Kampf. Jetzt dürfen wir nur nicht gegen die verlieren, ja? Gegen die kleinen Knirpse. Aber das dürfen wir eigentlich schaffen. Oh nein. Der Blitztanz. Okay. Ihr mögt den Hustle Dance? Den könnt ihr haben. Moment. Achso, nee. Ich bin... Achso, ich wollte gerade... Ich bin Veronika. Okay, gut. Ionason. Jawohl. Ich heim mal kurz. Da dürfte das doch eigentlich fast schon reichen, ne? Nochmal. Jetzt mit ganzer magischer Angriffskraft. Und ein paar Schlägen dürften wir es jetzt eigentlich schaffen. Turmor! Jawohl. Und das war's endlich. Daneben geschlagen, aber egal. Trotzdem. Das war wieder warten schwer. Hustle GG, der alte Drecksack. Und wir steigen gleich ein paar Level, zumindest die, die noch stehen. Great. Nee, eigentlich wollte ich jetzt keine Skillpoint verteilen. Das machen wir nicht. Machen wir später. Und da sind die Gefolgsleute von Chiribia. Und er sagt, oh, Reisender, vielen Dank. Dank euch, die das Monster besiegt haben, können wir uns jetzt wieder frei bewegen. Und ja, wir wurden von diesem sonderbaren Monster in diese seltsame Kleidung gesteckt. Und er zwang uns zu tanzen. Hey, wäre ich noch ein wenig weiter am Tanzen gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich vor Erschöpfung tot umgefallen. Vielen herzlichen Dank. Lasst uns jetzt aber erstmal wieder zurück ins Dorf gehen. Ja, das sehe ich genauso. Und, ähm, ja, man sieht, ich habe meinen Helden nicht im Team. Aber das geht auch ohne, ne? Man kann auch ohne Held tatsächlich voranschreiten in dem Spiel. Ihr könnt also jederzeit auch mal den Kurando jetzt in dem Teil, also den Protagonisten, rausnehmen und das Team mit anderen füllen. Das habe ich noch nie gemacht, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, bin immer so Kurando fixiert gewesen. Wolltet ihr den mal schnell hochleveln? Ach, das geht natürlich auch so. Rein aus Gewohnheit. Hatte ich ihn immer dabei und ich glaube, ich wähle ihn aber auch wieder rein. Weil ich, irgendwie fehlt da was, wenn er nicht drin ist. So, zack. Äh, Martina mit rein. Ich behalte erstmal die. Das geht zwar nicht so schnell voran mit den Vieren, aber sobald die alle im Zone-Zustand sind, hau ich was raus. So, Pucharao ist entflucht, sagen wir es mal so. Der Fluch ist gebrochen und wir können wieder zurückkehren. Und die sagt das vielen Dank. Ich hab's schon von den Leuten gehört, den Dorfbewohnern, die aus dem Bild zurückkehrten. Ihr habt das fiese Monster besiegt. Dank euch wurde der Tanzfluch von den Menschen gelöst und alle sind wieder wie früher. Vielen herzlichen Dank. Und auch er. Lalalala, Hassel, 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 Hassel. Diese Worte gefallen mir mittlerweile schon. Ich benutze sie und mache ein neues Lied daraus. Ja, hör lieber aus. Pff, das ist nicht die beste Idee. Zumindest, äh, glaube ich, dass dann die Leute nicht sehr begeistert werden. Äh, sein werden aus seinem Dorf, wenn er hier weiter hustelt. Die sind glücklich, dass sie nicht mehr husteln müssen. So, jedenfalls, liebe Leute. Wir wollen zurückkehren. Und können gleich auch erstmal noch eine Runde schlafen, damit wir uns regenerieren. Nach dem harten Kampf. Aber erstmal wollen wir Dank einholen, ne? Ah, du bist es. Du hast das Monster besiegt und uns gerettet. Reisender. Ähm, vielen herzlichen Dank. Wir sind dir sehr dankbar. Und du fragst dich, warum ich diese Klamotten trage. Irgendwie, ja, ich weiß nicht. Dieser auffällige Stil gefällt mir irgendwie. Man kann sich auch gut drin bewegen. Und ich hab gedacht, ich behalte es einfach an. Jetzt trägt jeder das hier, oder wie? Meine Fresse. Guck mal, die tanzen immer noch. Hustle, da, ey. Oh, Hustle, hastle. Hahaha. Keine Sorge, keine Sorge. Ich, äh, komm einfach nicht von dem Tanz los. Mir gefällt das. Kacke, ey. Und auch sie tanzen. Was ist das denn? Oh, der Dorfvorsteher hat, äh, meine tänzerischen Fähigkeiten anerkannt. Und wie du siehst, übe ich gerade das Tanzen. Und, ja, ich werde jetzt mit meinem Tanz die Leute, neue Bewohner an, also, äh, Bewohner nicht, sondern Gäste anlocken. Touristen. Und, ja, also ich glaube, äh, das ist, das steht mir ganz gut. Ähm, ich weiß ja natürlich nicht, ob das was bringt, aber, ähm, ja. Ja, die, äh, Leute in der Stadt, die werden sich darüber bestimmt freuen. Also, dann, Hustle, Hustle, Hustle. Oh, willkommen. Du hast den, äh, Tanzfluch gebrochen. Haha. Dank dir wurde mein Dorf gerettet. Es hat wieder was, äh, mit den verfluchten Bilds zu tun gehabt, nicht wahr? Aber es ist ein, äh, gibt ein neues, ähm, wie heißt es, einen neuen, äh, Touristenspot hier, eine neue Attraktion, ja. Und zwar, ähm, der tolle Paradenumzug mit dem sonderbaren Tanz. So nenne ich das und, ja, das ist durch den Fluch des Monsters haben wir das gelernt. Und jetzt wollen wir in Erinnerung daran eine Parade durchführen. Und das plant unser Bewohner Bonzak. Und damit wird unser, äh, Ort als Touristenspot noch mehr florieren. Vielen herzlichen Dank. Ho, 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 ho. So, der sieht natürlich das Geld, was in seine Kassen reinrauscht. Wo ist denn Bonzak? So, bevor ich mit Bonzak aber rede, gehe ich einmal ganz kurz pennen. Hüa, ich bin nicht müde. Und darf mir doch auch mal ein Schläfchen gönnen, oder? Ach, nee, das ist, was ist denn hier? Der macht das Essen. Nee, schlafen, wir schlafen. Die hochgehen. Hier, Gott sei Dank. Willkommen, Reisender. Wollen die schlafen? Ja, ich will schlafen. So. Wenn ich das mich jetzt nicht gemacht hätte, hätte ich es wieder vergessen. Und das ist nicht so sonderbar gut. Guten Morgen und Willkommen. Also gut. Dann gucken wir mal, was Bonzak zu sagen hat. Ist er das? Weiß gar nicht mehr, ist das einer von denen? Es ist Zeit, Alter, des Tanzes, ja? Dieser komische Opa hat uns diese Klamotten angezogen, aber sie gefallen uns. Und ja, er sagt das gleiche, man kann gut darin tanzen und sich gut bewegen. Hustle, Hustle, Hustle. Ähm. Ja, wir werden jetzt immer diesen Ausruf Hustle benutzen und tanzen. Denn dann sprüht die Energie aus uns heraus. Und ja, du sollst es auch mal versuchen. Erstmal muss ich jetzt Bonzak finden. Wo ist der? Hier, ne? Ist er das? Oh, Reisender, willkommen. Dies ist Pujarau. Vielen Dank, dass du die Monster besiegt hast. Und ja, du bist immer sehr willkommen hier. Und ja. Seit dem Sieg über den Fluch-Opa hat uns der Dorfvorsteher diese sonderbaren Kleidung angezogen. Und er hat ihm gefallen. Er hat das Auge drauf geworfen auf den Tanz und die Klamotten, die wir tragen. Und hat ein neues Touristen-Highlight ersonnen. Und das haben wir jetzt gedacht, machen wir. Du siehst das? Äh, du fragst dich, was das hinter mir ist? Wenn du's wissen willst, dann solltest du mit Bonzak sprechen. Das wird sicher ganz lustig. Puhuhuhu. Wo ist denn Bonzak? Was schon nicht mehr wieder aussieht. Bonzak! Ah, hier, guck mal. Er weint. Äh, ich hab so schlimme Erinnerungen. Ich hab irgendwie mal erzählt, dass ich ein Hustle-Dance mach und so. Aber jetzt wird alles hoffentlich besser. Oh, Reisender, du hast das Dorf gerettet. Vielen Dank. Äh, egal welchen Dank ich auch ausspreche, das reicht schon gar nicht mehr. Ähm, jetzt kann sich mein Mann wieder frei bewegen. Und er weint seitdem nur noch. Er übertreibt aber wahrscheinlich noch ein bisschen. Wai, wai, er freut sich. Ah, Onkelchen. Ähm, du hast Mutter und Vater gerettet. Und, ja, ich dachte schon, das war, das war noch am Ende. Was bist du für einer? Ach, der labert nur scheiße. Wo ist Bonzak? Don, 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 don. Äh, ja. Ich lerne jetzt hier als kleines, äh, ähm, Werkzeug hier jetzt die Trommel. Und dann werde ich hier Glückstrommeln und don, 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 don. Glück bescheren. Aha, ein Tanz und Parade. Das ist also, äh, ein Weg, um neue Touristen hier, äh, anzulocken. Und ich glaube, das funktioniert. Ich rieche jetzt schon das Geld, was hier in unsere Kassen fließt. Alles kapitalistische Schweine hier. Was ist das denn? Ein Sponsor. Vielen Dank, die sind also sehr glücklich. Du hast das Monster besiegt und, äh, die Leute sind zurück, habe ich gehört. Vielen Dank. Und ja. Moment mal. Ist der hier irgendwo in seinem Haus? Der will eine Quest loswerden. Kurz gucken. Der Opa ist da am Sitzen. Wo ist Bonsack? Sag mir, wo Bonsack ist. Ähm, ja, es war fast schon eine Ewigkeit, dass wir von dem alten Kreis da in dieses Tanzgeschehen, äh, reingebracht haben. Aber es war eine tolle Erfahrung, also eine krasse Erfahrung, eine, ähm, ja, das war schon was. Deswegen, äh, bin ich aber ganz plötzlich so gut, ähm, tanzen geworden. Und jetzt gefällt mir das Tanzen plötzlich. Und ich denke, vielleicht sattle ich um und werde Tänzer. Das hoffen wir mal nicht, ne? Hier haben wir nämlich echt genug Tänzer und ich will Bonsack finden. Ich bin bestimmt schon 20 Mal in ihm vorbeigelaufen. Der muss hier unten sein. Ah, der Tanz von dem Typen da. Der war so sexy und total cool. Vielleicht ist das Liebe? Äh, sie fand, hat gesagt, mein Tanz war cool und hat ihr gefallen. Ich hab noch nie vorher getanzt gehabt, aber vielleicht hab ich ja tatsächlich Tanzfertigkeiten. Okay. Hey, hey, hört mal zu. Ähm, ich hab tagelang unentwegt getanzt, ja? Und dank dessen, äh, konnte ich meine Diät durchführen, scheinbar. Ich bin also ganz glücklich, konnte ich abnehmen und bin total schön geworden. Das nur durch den Tanz. Ist das nicht toll? Oh Mann, ey, das wird, das wird ein Trend hier werden. Oh, du hast das Monster besiegt, scheinbar, sagt Bubuka. Und nach dem Unglück mit dem Wandgemälde, hast du jetzt auch dieses Problem gelöst. Ihr seid keine gewöhnlichen Helden, nicht wahr? Würde ich ja von mir sagen, wenn ich Dingens finde. Ich muss jetzt, ich beeile mich mal. Ich will euch nicht mehr mit diesem sinnlosen Gefase hier quälen. Ah, du hast nicht nur den Fluch des Gemäldes, sondern auch den Tanzfluch, ähm, ach, das ist er Bonzak. Okay, der hatte rote Haare, wusste ich ja mehr. Und auch den Tanzfluch, äh, beseitigt und du bist unser Dorfheld, sozusagen. Ich hab auf dich gewartet. Und mir ist was eingefallen durch dieses Tanz, diesen Tanzvorfall. Es ist schon veraltet, dass wir das verfluchte Wandgemälde als Touristenhighlight hier verkaufen. Jetzt werden wir den total prächtigen Paraden, das total prächtige Paradenzeit, Alter, ausrufen. Das heißt, äh, basierend auf dem, äh, vorigen Vorfall, also mit dem Tanzfluch, äh, sollen alle hier weiter tanzen und ihr Tanztraining voransetzen und die tolle Putscharao-Parade, äh, beginnen. Also alle miteinander. Jetzt seid ihr extra hier. Wollen wir es mal testen, die Parade? Ich sag mal ja. Das ist eine gute Antwort, das wollte ich hören. Äh, alle Bewohner der Stadt, äh, stimmen mit ein bei der Parade. Also dann habt viel Spaß und ich weiß nicht, was jetzt passiert und was wir uns jetzt für einen, äh, Preis verdient haben. Denn das ist jetzt ja letztendlich das, was wir als Belohnung kriegen, ne? Dafür, dass wir das Dorf gerettet haben. Eine Parade. Okay. Wir dürfen jetzt, äh, mit denen hier rumreisen, oder wie? Das Dorf hat sich versammelt. Und ganz obendrein natürlich Silvia. Und die folgen mir jetzt. Okay. Also haben wir uns verdient, dass wir jetzt immer diese Parade veranstalten dürfen. Ja, fantastisch. Bringt uns das auch irgendwas? Können wir da Armos schießen und, äh, komische Gemüsesorten vernichten. Ist natürlich jetzt die Frage, ob wir hier irgendwie einen Erfolg sehen. Darin, dass wir Golems besiegen und komische Gegner. Die viel zu schwach sind. Na, das ist ja nicht wirklich das, was ich mir erhofft hatte. Also, so atemraubend wahnsinnig ist das jetzt nicht. Ja, gut. Dongaradon ist das Monster, was wir ja besiegen sollen für das Mädchen, das nicht schlafen kann. In der Herberge von Pucharao. Ah, ich frag mich tatsächlich gerade, was hier mit dieser Parade, was uns das jetzt bringt. Weil Erfahrungspunkte ringt uns hier jetzt nicht wirklich. Müssen wir die irgendwo hinbringen oder irgendetwas? Upsala, was passiert jetzt? Achso, ich hab jetzt voll kurz zu sagen. Mein Sound ist so leise geworden, ich bin an meinen Kopfhörer geraten. Meine Presse. Hier brauchen wir mal den Renke, um die Quest zu erfüllen, ne? Machen wir es erstmal so einfach. Die kriegen wir nämlich längst auch so klein. Also gut. Das war das. Hier gibt's auch nicht allzu viele Erfahrungspunkte. Ich hätte wenigstens gehofft, dass man hier was Besonderes bekämpfen kann, aber wir können tatsächlich nur als bewährtes niederknüppeln. Da hinten ist noch eine Kiste, meine Fresse. Haben wir die nie geöffnet gehabt? Puchtsukini. Schnellster Kampf überhaupt. Und das gibt natürlich nicht wirklich viel Erfahrung. Aber die regen mich auf. Das Aussehen alleine macht mich schon verrückt. Also, die Parade ist nicht so das, was ich mir erhofft hatte als Belohnung. Aber ein Levelanstieg von Martina, das wiederum ist eine ganz schöne Sache. Liebe Leute, ich glaube, eine kleine Medaille nehmen wir natürlich auch gern an, aber das war's hier, ne? Insofern wir hier, glaube ich, keinen zufriedenbringenden Erfolg mehr einheimsen können, wenn wir mit denen hier rumlaufen. Hat auch kein Ziel, irgendwie, ne? Passiert hier irgendwas? Können wir irgendwas triggern? Noch ein Event? Ne. Es tut sich nichts, also. Gehe ich wieder zurück und frage mal Bonzak, ob das sein Ernst war, dass er mich damit belohnen möchte. Weil sehr glücklich macht mich das nicht. Das ist ja wohl augenscheinlich. Also, denn... So. Alle sind zurückgekehrt. Die Parade hat ein Ende. Wir laden nochmal. Nochmal ganz kräftig, deftig, würzig, fein. Und ich hab tatsächlich immer noch diese Kluft an. Bonzak, du Mistkerl. Ah, da bist du ja. Du hast den Fluch gelöst und so weiter und so fort. Er sagt genau das gleiche. Wir können einfach nur an der Parade teilnehmen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Nuller. Kremoran. Wo ist es? Unsere nächste Station. Pucharao ist durch. Ähm. Und als nächstes steht der kalte Norden in unserem Fokus. Dort wird uns unsere Reise weiterführen. Aber ihr wisst ganz genau, dass das nicht jetzt der Fall sein wird. Sondern erst in der nächsten Folge. Und dann haben wir auch bald alles zusammen, sodass unser Dorf gerettet ist. Und dann bleibt eigentlich schlichtweg nur noch eins zu tun. Das Labyrinth von Nelson zu erledigen. Und dann mit dieser vollen Stärke uns auf den Weg zu machen, den Zerstörer-Gott zu besiegen. So viel, aber erst später. Ich geh jetzt mal ganz kurz hier hin. Und, äh, mach mal kurz einen Schwenker in die Kirche. Aber ich glaube, in diesem gottlosen Outfit darf ich nicht in die Kirche rein. Deshalb geh ich einfach mal hier rauf. Und zieh Papas Rüstung an. Zack. Da sehen wir doch wieder ganz stattlich aus. Jetzt gehen wir mal hier reden. Und ich sag einfach mal, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und munter. Und auf Wiedersehen.